Hi, ich bin der Gregor. Ich mache heute technische Abnahme. Truck Tray Fahrzeug. So, erstes Maß. Die Stoßstange muss quasi 18 Zentimeter haben, Herze. Dann dürfen die Reifen nicht überstehen, sowohl an der Seite als auch an der Länge. Beide Seiten natürlich. So, dann muss ein Überallkreis gefordert sein, der das Fahrzeug nicht tragen kann. Die Spiegel müssen dran sein, eine Scheibe muss dran sein, als nächstes wird die Lenkeinschwacke messen. Das darf maximal 45 Grad sein und vorne muss es auch bündig im Reifen mindestens sein. Gut, das noch für die Faktorbestimmung, das wir noch vermessen. 260, 190, M345, 215, 20. Reglementprüfung bestanden. Reglementprüfung bestanden. So nachher.